Bitte ganz kurz im Hintergrund Story, warum ich keine Livestreams machen kann, wisst ihr glaube ich alle, ich kann regelrecht auf meinem zweiten Kanal auch keine Livestreams machen, weil mein Internet am fucking Spacken ist, also wenn ich jetzt sagen, wie wird es live gehen, dann würdet ihr einen Stopp sehen nach so 10, 5 bis 10 Minuten, dann wird es wieder weiter gehen, dann wieder so ein scheiß Stopp, also es tut mir leid, es gibt jetzt keine Livestreams, ich mache ja im Hintergrund natürlich Videos, gute Videos, wo ich mal teilweise rede, mal über was anderes, Es sind meistens jetzt nur Offline-Videos, Offline-Spiele, heißt jetzt nicht unbedingt alles Fortnite, ich gebe mein Bestes Leute, aber wie gesagt, ich gebe mein Bestes, lasst doch gerne auf diesem Video ein Like da und abonniert meinen Kanal zu den 850, genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Livestream, sobald es wieder aktiviert wird, bitte unterstützt mich und geht nicht einfach weg von dem Kanal, das wäre richtig schade jetzt, haut rein, ciao Bis zum nächsten Mal, 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 bis